Willkommen zu Künftiger Krypto Rentner zum heutigen Video. Heute geht es mal um XRP und die bevorstehende mögliche Neuerung. Viel Spaß beim Schauen. Nach dem Teilsieg von XRP vor Gericht gegen die SEC ist es meiner Meinung nach doch sehr ruhig geworden. Ich weiß, es gibt sehr viele Fans, sehr viele sind da sehr gehypt und sehr interessiert und schauen sich jeden Tag die neuesten News-Videos zu XRP an, obwohl es nicht jeden Tag News gibt. Aber es gibt YouTuber, die schaffen es jeden Tag ein Video zur XRP zu machen. Da gehen auf jeden Fall mal die Props raus. Ich wüsste nicht, was ich da jeden Tag erzählen soll. Aber heute gibt es ein paar interessante News, weshalb wir mal zur XRP rüberschauen. Du siehst aktuell an siebter Stelle der Marktkapitalisierung XRP brauche ich wahrscheinlich niemandem mehr erklären. Kurz für alle, die das nicht wissen, XRP soll im Endeffekt eine Art Swift sein und so für die Banken im Hintergrund arbeiten und die Transaktionen durchführen. Das Ganze kann man sich auf vielen Videos anschauen, auch bei XRP selbst. Wie das Ganze funktionieren soll, wie der Plan ist und so weiter und so fort. Wie es aber eben mit sehr vielen Kryptowährungen auch ist. Aktuell ist leider noch nicht wirklich viel passiert und auch hat noch keine Implementierung in irgendein großes Bankennetz stattgefunden. Somit wie immer erst einmal warme Luft. Wenn du den richtigen Riecher hast und vielleicht investiert hast, vielleicht auch irgendwann, wo es mal wirklich günstig war, hast du vielleicht Glück und profitierst irgendwann in der Zukunft. Möglicherweise verläuft sich das Ganze im Sand. Jetzt gibt es aber eine News. Wir schauen hierzu einfach mal auf die Nachrichten. Und zwar Ripple plant eigenen Stablecoin. Du siehst auch hier auf dem Weg zum Mond Konkurrenz für Tether und Circle. Wie dem auch sei, Tether kennst du und Circle ist USDC und somit also ein Stablecoin. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat XRP mit einem Stablecoin zu tun? Warum wollen die das machen? Und verliert der XRP an sich jetzt seinen Wert? Wie du siehst, in einem Jahr hat er hier knapp 17% zugelegt. Wenn wir mal die letzten 7 Tage uns anschauen, trotz dessen, dass diese Ankündigung kam, ist das Ganze nicht wirklich hochgegangen. Ich will jetzt auch keine Gerüchte anschauen oder sonst irgendwas. Angeblich ist auch ein XRP ETF geplant. Ob der kommt, wann er kommt, ob das Quatsch ist, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Das sind alles Spekulationen. Aber einfach mal, damit du das Ganze gehört hast. Zurück zu den Stablecoins. Wie du sicherlich weißt, es gibt einige Stablecoins. Wir haben eben unter anderem die bekanntesten. Einmal Tether USD, also USDC. Wir hatten auch noch den BUSD, also von Binance, den Hauseigenen. Der wurde aber durch mehrere Geschichten verboten. Den gibt es jetzt nicht mehr. Wo ist jetzt also der Sinn, dass XRP einen Stablecoin einführt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Gedanke von XRP einfach dahinter der ist, dass man sagt, wenn man in diesem Bankengeschäft drin ist, muss man ja auch diese Transaktionen durchführen. Und wenn das Ganze auf der Blockchain läuft, warum soll es dann nicht auch einen hauseigenen Stablecoin geben? Heißt, warum soll man dann irgendwas umwandeln oder hin und her schicken, wenn man das Ganze eben dann auch in dem hauseigenen Stablecoin hat? Ich hoffe, das kommt so durch, wie ich das meine. Ist natürlich für nicht jeden so einfach zu verstehen. Nochmal kurz erklärt, wenn du bei den Banken tätig bist und auf deiner Blockchain die Transaktionen durchgeführt werden, dann bezahlst du immer noch in XRP ganz normal diese Gebühren. Wenn du jetzt aber Geld verschieben möchtest, zum Beispiel 1.000 Euro, ohne das groß tauschen zu müssen und sonst irgendwas kannst du dann ganz einfach 1.000 XRP-Stablecoins hin und her schieben. Ob das der Plan ist, weiß ich nicht. Vielleicht möchten sie sich auch auf den Markt einfach ein wenig etablieren, wieder ins Gespräch kommen und einen Stablecoin anbieten, weil man natürlich auch damit Geld verdienen kann. Und vielleicht auch in der Hoffnung, weil ja immer mehr Länder eine digitale Währung einführen, auch hingehen und sagen, hey, wir sind eine Alternative zum digitalen Euro oder was auch immer und hat dann eben die Möglichkeit, die verschiedenen Stablecoins zu nutzen. Vielleicht kommen sie auch gar nicht. Wie du weißt, es ist alles immer sehr riskant im Cryptospace. Selbstverständlich ist das Ganze auch weder eine Anlageberatung, noch eine Anmeldeberatung, noch sonst irgendwas. Ich wollte dir mit diesem Video einfach mal nur ganz kurz zu XRP den aktuellen Stand durchgeben, dass du einfach hier auf dem Laufenden bist. Vielleicht, falls du XRP in den letzten Tagen ein wenig vergessen hast, hier ist XRP wieder zurück. Ich weiß, es gibt sehr viele Maxis, es gibt sehr viele Fans und dementsprechend werden auch die Leute fleißig einkaufen. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht, wenn es eben um diesen Stablecoin geht. Da werden sich natürlich die Meinungen trennen. Deine Gedanken und deine Stellung dazu gerne mal in die Kommentare. Aber die Panik, oh je, jetzt verschwindet XRP von der Bildfläche. Es gibt nur noch den Stablecoin. Dem ist nicht so. Da müsste man sich keine Gedanken machen. XRP bleibt natürlich, weil es eben der Token ist für die ganzen Gebühren, für das Netzwerk und Co. Und dann natürlich der Stablecoin einfach nur obendrauf dazukommt. Was die genauen Pläne sind, wird die Zukunft bringen. Dementsprechend ziehen wir das Video nicht unnötig in die Länge. Ich bin mal auf deine Kommentare gespannt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne mal liken und kommentieren. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. für zukünftige Krypto-Rentner. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. No, I ain't a quitter. Toss me the ball. I'm a really big hitter. Big picture. I'm a straight killer. Rassel.